Vor dem Thron des Lamas. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach. Steig herauf, ich will entscheiden, was nach diesem Geschehen soll. Es war die Miau Miau. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Es war das heilige Lama. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Es waren die Könige des Arams. Und vor dem Thron eine Gestalt, voller Augen vorn und hinten. Es war ein Ohrn. Und mich erfasste der heilige Geist der Riot Games. Mein Tilt kannte keine Grenzen mehr. Und so sprach ich. Heilig, heilig. Heilig ist der Gott. Der Herr. Der Ernestige. Der da war. Und der da ist. Und der da kommt. Und sobald das Miau Miau und das Lama höchstpersönlich es hörten, so war mir Preis und Ehre und Dank sicher von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nachdem ich wieder durch das Aram getragen wurde und immer noch traurig war über die genervte Sevilla im Lethality-Bild, da half mir das Lama auf und die 24 Ältesten fielen nieder vor dem Throne und vor dem, der auf dem Throne saß. Und nachdem ich wieder zurückkehren. 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 Und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder und sprachen, Herr, unser Gott, unser Lamm, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehe und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Vielen Dank.